Ich gebe dich zum Hunde, das ist ja ganz ehrlich. Du bist davor. Du hast mich davor begeben. Ich komme von oben. Ich habe 20,000 Euro in diesem Spiel. Verdammt! Jetzt ist es Ihr Traum. Das ist nicht vorbei. Es ist nicht sicher hier. Ihr könnt euch den Ort ausbauen, ich kaufe dir ein paar Zeit. Ah. Wir haben einen Klassik-Sender. Es gibt auch einen anderen Sender. Ich lasse ihn bei den Klassik-Sender drin. Ich habe einen Feuerwehr-Auto. Polizei. Es ist eine Polizei, die du schießt. Das ist die Armee. Oh, okay. Ich muss wieder zurück. In diese Richtung irgendwo. Okay. 200 Meter noch. Spazieren wir gerade mal ein bisschen. Hier ist auch ein Waffenladen. Sehr schön. Auch durch den Zivilisten erschießen. Das ist doch unnötig. So. 180 Meter hier. Die sind drei Viertel Stromtruppler. Oha. Jede Menge rote Flecken sehe ich hier. Oha. Drei nicht. Ich füge einen V-Tall. Die V-Trolle. Oha. Oh. Oha. Oha. Oh. Oha. 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 Einfach durchrennen. Okay, vorsichtig hinführen. Die Aufmerksamkeit von dem Stag auf dich. Aha, okay. Den anderen. Die sollen hier nicht entkommen. Okay, finde eine Stagbasis. So muss das, so fliegt man hier. Ich finde eine Stagbasis. Okay, nach drüben haben wir eine. So, wahrscheinlich die am weitesten entfernte. Aber was so ist. Okay, ganz ruhig. Das ist ein guter Trick. Oha. Lass mich die anderen ausschalten. Ich sehe gar nicht, wohin ich schieße hier. Also, mal ganz ruhig. Sehr schön. Und abfeuern. Okay. Ach, diese Panzer hier müssen wir ausschalten. Und los. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Das ist sehr gut. Sehr gut. Auf dem Konvoi. Und da drüben. Da fliegen wir aber am besten so hin. Ich habe mal die Luft gefeiert. Okay, das warnt sich dann die anderen Gangs. Okay. Fokus auf die VTOL. Bis zum anderen Target ist. Aha, hier. Oha. Nein, nein, nein. Das war der. Keine Capriolen. Jetzt hätte ich die Straßensperre. Das ist sehr schön. Die noch. Zack. Jetzt noch ein paar Panzer. Da sind noch welche. Warum seid ihr noch hier? Verschießen hier noch. Finde die Stack Basis. Hier wird immer noch auf uns geschossen. Okay, wir finden die Stack Basis. Hier drüben haben wir was. Ich flieg mal hier hin. Dann drüben wir in dem Eck waren wir schon. Dann drüben wir hier mal hier hin. Mach ich mal ein bisschen höher. Erstmal die Flugschrauber. Und hier haben wir noch was, so I'm here. Oha. Sack. Wird hier immer noch abgeschossen. Nächste Steakbasis. Wird jetzt direkt vor uns? Ups. Hier haben wir was. Sack Oha, hier Luftabwehr Sehr schön Auch noch Sehr schön Oh, das waren Zivilistenautos Das ist schade Okay, ich sehe hier eine Basis Ich muss hier mal landen Ich bin zu ohne Schade Ich bin auf dem Weg Oh, das liegt Und leeks. So und weg. Oha. Wir müssen noch kurz. sehr schön besicht den nächsten hasser werden hassen das Oleg Hilf Oleg hier, da sind noch welche, Luftangriff noch eins das Überwachungsfahrtsflugzeug okay okay da war nicht viel Zeit das ging aber hin da kommt kleine Vorwarnung das ist da kommt Verstärkung und hier ich störe das Überwachungs Flugzeug muss man ein bisschen näher ran führen und wir werden da auch mal treffen das ist das ist Willkommen von mir! Oha! Sehr schön! Sehr schön, sehr schön! Gegner ausgescheitert! Ja! 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 Und er ist unser nächster Boss! 11.000 In der Garage deines Domiciles steht nur ein Retour von Steak zur Verfügung. Kann ich aber nicht anpassen, das mag ich nicht. Daher bin ich kein Fan von. Okay. Jetzt können wir erstmal gucken. Ich habe 30.000, ich kann mir doch jetzt eine Waffenversteckung leisten. Ja, neuer Auftrag machen wir gleich. Erstmal hier. Retour haben wir jetzt. Und können nochmal den Besen fliegen. Das hat sich Modi gewünscht. Als wir... ... gemeinsam... ...später mit Koop... ... spiele ich den ausnahmsweise mal. Jetzt spiele ich den ausnahmsweise mal. Halleluja! Und das ist die Martini in meiner Hand. In Franzen. Das ist bezeichnet als... ... Les Panteneurs Wollast. Dann müssen wir es ja mal ausprobieren. Das ist so unendlandend. So die hier. Mein Lieblings Waffe. So mal verbessern. Sehr schön. Stufe 4. Und hier sind wir wieder pleite. Sehr schön. Und wieder zurück. Einmal ein kleines Navi. Damit ich mich nicht verfliege. Das ist ein hohes Gebäude. ... ... Dann ab zum Raumquartier. Mit Klassik Musik. Also hier, hier ist ja unser Pool, sehr schön. Ah ja. Okay, Vandalismus, lassen wir wirklich erstmal außen vor. Da hol ich mir den Modi demnächst noch mal rein. Okay. Verrückte Wissenschaft, schneller, intensiver, das geht doch gut. Wir haben noch gar nichts gemacht, oder? Okay, ein Auto können wir uns, ein Flugzeug können wir uns nicht holen? Schade. So, auf geht's. Und leider kann ich mir nicht holen, oder? Gibt es noch mit? Oh, doch nicht. Ach, die beiden sind jetzt okay, von mir aus. Ich wollte hier runter, zur Garage. Ach, verdammt. Was kann ich eigentlich? Okay, ein Auto können wir uns nicht mitnehmen. Ach, schade. Wir sind hier in der Mission. Deswegen wahrscheinlich nicht. Verdammt. Das Einstellen. Die Damen. So, auf geht's. Ein kleines Schleidertraum auf dem Rücksitzen. Oha. Das waren kleines Mopeds. Und da sind wir. Die Streifen sind aber seltsam aus. Oha. 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 Ich bin mal gespannt. Oha. Wahnsinn. Ich bin schon dran vorbei. Oh na. Ich eile zur Hilfe. Ich hoffe ihr habt das aufgenommen, wenn ich das nicht noch mal machen werde. Wehrschaftsbekämpfer. Ich fühle die Kamera. Verdammt, da fliegt nicht in die Luft. Ich fühle die Kamera. Verdammt, da fliegt nicht in die Luft. Ach, da drüben ist der. Der Bastard, der hier versucht mich zu erschießen. Ich bin schon. Ich bin schon. Sehr schön. Okay, we gotta ramp everything up. Take it back to entering the base. We're sexin' this fucker up! More guards, more assault rifles! Make it happen, motherfuckers! Doing alright, love? Yeah, just, you know, trying to make Mr. Shen happy. We'll be right back.